jo leute was geht ab und willkommen zu einem neuen video heute möchte ich euch nur ein kurzes video schon zeigen wie man das valentines geschenk bekommt und zwar bekommt man das auf einem sitable oder einfach ingame wenn man slash valentine eingibt so dann bekommt man so ein geschenk hier und das anklicken einfach die rote rose bekommt man valentines geschenk von griefer games signiert von griefer games so ich hoffe das kleine video war hilfreich und man hört sich im nächsten video bye bye